Das sind die Eternals, ein kosmisches, unsterbliches Team von Superhelden. Zu Beginn kämpften sie Seite an Seite, um die Menschheit vor den gefährlichen Kreaturen namens Deviants zu beschützen. In dieser Zeit wurde Thina die furchterregendste Kriegerin der Eternals. Sie kann Waffen aus kosmischer Energie entstehen lassen. Diese Fähigkeit erhielt sie von den Celestials, den kosmischen Schöpfern von allem, was existiert. Thina hat sich mit ihren unglaublichen Kampfkünsten jahrhundertelang Gefahren gestellt und wurde so zu einer legendären Kriegerin. Mit vereinten Kräften konnten die Eternals die Deviants schließlich besiegen und verteilten sich auf der ganzen Welt. Doch nun, hunderte Jahre später, sind die Deviants zurückgekehrt. Um die Welt und die gesamte Menschheit zu retten, müssen sich Thina und die Eternals wieder vereinen und dabei ihre Unsterblichkeit aufs Spiel setzen.